Was hältst du von billigen Intercoms für 70 Euro von Amazon? Das kann man machen, wenn man mit Sozius oder Sozia gelegentlich mal kommuniziert geht. Braucht man nicht groß Geld ausgeben. Allerdings, wenn du jetzt über weitere Distanzen sprichst, mit Leuten auf eigenen Motorrädern sprichst oder auch diese Gesprächspartner öfter mal wechseln, du also darauf angewiesen bist, dass sich das Gerät also auch mit verschiedenen anderen Geräten koppeln kann, dann würde ich echt von abraten, dann setzt es besser auf einen Sehner oder einen Cardo. Die sind da die deutlich bessere Lösung.